Musik 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 So, andere Musik Moin Mädels Musik Moin Jungs Herzlich Willkommen, mein Name ist Kacu Das ist mein YouTube-Kanal Ich kenne mich vielleicht aus Filmen wie Bussimulado 18, Bussimulado 16 Bussimulado 21 Und hier ist ein Foto meiner Katze, sie heißt Mousy Und Hausflipper Und Gookingsimulado nicht zu vergessen Und andere tolle Titel, die ich jetzt natürlich hier nicht nochmal nennen muss Weil ihr die vielleicht sogar schon kennt Abonniert doch gerne den Kanal Heute spielen wir Bam Bumsimulador Habe ich irgendwann mal vor einem Jahr auf meine Wishlist gepackt? Oder geht das so ein bisschen darum, dass man sich da mal schön einen reinlöte und Leute verprügelt? Ich weiß nicht wie exzessiv das jetzt hier wird mit dem Konsum von Aluhol Tut das mal nicht so exzessiv betreiben wie vielleicht in diesem Spiel oder generell andere Leute aus eurem Umfeld? Geht sorgsam mit dem Alkoholkonsum rum Äh um Ich glaube man spielt jemanden von der Straße Ein Real OG Und da dippen wir jetzt mal rein hier Abfahrt You lose health at a normal rate When you niii- 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 Ja Niii- Niii- Niemals Ich bin... verwirrt. Check the nearby trash cans for anything edible. Ja. Neue Aufgabe. Du musst etwas essen. Straßenleben. Also... Bin ich der Einzige, der das weird findet? Dass mein bester Kumpel... entsprechender Toaster... Ach, Quatsch, Alter. Müllwagen ist hier. Einkaufswagen, Digga. Ich kann ihn treten. Alter. Dann werde ich jetzt hier was essen. Nothing useful. Get used to it. Try the other ones. Moldy bread. You will eat it if you want to live. Oh, shit. Still hungry, huh? I bet there's more stuff buried in those trash cans. Worthless crap. Only one left. Let's hope for something better than this. An apple core. Always eat your veggies. Yeah, yeah, fruit. Whatever. Just eat it. Wollte auch gerade sagen. Ist doch eigentlich eine Frucht und keine Vegetable. That should keep your hunger at bay for a little while. Ich muss was zu trinken finden, oder? Was? So. Crap. Sterzig spielt Counter-Strike Global Offensive. Bitte lass das. Ich nehme gerade auf dieses... Immer Spiele starten. Muss das sein? Ich hoffe, du wirst von der Polizei beim Klauen erwischt, sodass du im Knast landest. Nein, ich habe kein Kleingeld. Mist. So. Gut. Oh, ist doch gar nichts drin. So. Good five. You can store it in me and we can sell it later. Ach so, Karl ist mein Zuhause. Try searching this big pile of trash. Ich mache schon mal ein Foto fürs Thumbnail. Gut, oder? Gut, oder? Hör auf! Oh, der hat einen Hotdog und einen Orangensaft, Digga. Alter, der übelst nice ein Stack. Verkaufspreis 4 Dollar? Unnormal. Warum ist immer diese... Bäh, bäh, was ist das? Hallo, Kathleen. Ähm, ich bin hier gerade unterwegs und mir wurde gesagt, ich bin der Taubenmeister. Jo. Und du bist auch eine Taube. Ja. So, wo finde ich denn deine Freunde? Ähm, meistens auf den Dächern oder in der Fußgängerzone. Beim Mülleimer. So, aber mein Freund Karl hat gesagt, er kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Äh, ja. Ja, also... Jo, also ich... Jo. Also ich muss jetzt... Ich muss jetzt finden. Na? Auf dem Dach. Okay, ich guck mal, warte. Scheiße, mit einer Hand ist blöd. Äh... Ach so, ich muss den Wagen mitnehmen, Mann. Ähm, störe ich gerade? Ach, alles fein. Ach so, ich kann nichts schieben. Oh, normal. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich suche jetzt deine Familie, falls sie die findet, sage ich Bescheid. Sag bitte Bescheid, ich suche dir seit Ewigkeiten. Ja, ja. Also die sind halt weg. Also Tauben sind halt nicht immer auf dem Dach. Manche sind ja Müll. Genau. So, essen irgendwas. Die sind auch nicht so treu wie ich denke. Ja. Ja, gut. Dann machst du gut, ne? Frau Taube. Tschüss, Tau, tschüss, Tau. Tschüss. Oh, wie mache ich das mit... Oh mein Gott, jetzt bin ich drin! Abfahrt! Was? Warte kurz. So. Eingepennt? Jut. Folge Karls Anweisung. Ich fahr dich jetzt. Vollgas, Karl! Oh, hoppala! Abfahrt! Sorry! Verfügbare Aufgaben! So, wer ist er denn? Hey, Bugface! I need some info on! I know why you can't. You're stolen pigeons are the talk of the town. I know where they keep one. A little cost you some serious money. 10 bucks. Ey, sterzig! Es reicht langsam! Bla, 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 bla! Tau! Halt doch mal die Schnauzen jetzt! Ich blockiere dich! Aber sterzig! Warum? Time to let people know that you're in need of some cash by writing a message on the cardboard! Bitte! Macht! Macht schreibt man klein, ne? Es sei denn, man ist mächtig. Aber ist egal. Glocke! An! Da fehlt noch ein Punkt! Now shake your cup in front of some faces to get attention and money if you're lucky! Ey, hast du mal ne Mark? That's all I have. Sorry. Alter! 91 Cent! Sorry. We forgot my wallet! You all have a wallet! Geil! I hope that helps. So, den musst du nur aufhören und fragen. Hartnäckig bleiben! Da vorne, ne? So. Bitte macht die Glocke an! Danke, Digga! 69 Cent! Das ist, äh, 96, Digga. Kann dieser Wagen aufhören mich zu verfolgen? Ich will mich beobachten. Ja! Er hängt fest! Schnell weg! Kannst du aufhören mich zu verfolgen? So! Dings! War mal. Ich kann doch mit dir facken, ne? So! Abfall! Gib her da die Kröten! Ja! Das ist eine harte Zeit! Alter! Hier sind die Reichen! Die haben richtig Money! Frau, geben sie mir Geld! Mach die Glocke an! Mach die Glocke an! Mach die Glocke an! Hör auf, ist da! Machen Sie die Glocke an! Mach die Glocke an! Mach die Glocke an! Was? Er hat mir 6,10 Euro gegeben! Übel nice! So! Abfahrt mit dem Auto! Geil! Oh nein! Kathleen's Bruder! Wurde eingesperrt! Guten Tag, hallo! Ja! Kathleen! Ich weiß, es ist spät! Es tut mir auch leid, es ist auch das letzte Mal, als er mich meldet! Ich habe gehört, dein Bruder wurde eingesperrt! Mein Bruder? Ja! Interagiert dann! Der ältere oder der jüngere? Äh... Woran erkennt man das? Der ältere ist ein bisschen älter als der jüngere! Ach so! Der hat auf jeden Fall... Also der ist eingesperrt und ich muss jetzt den anderen Dude verprügeln oder so! Der den eingesperrt hat oder so! Ja! Soll ich ihn mit Gewalt rausholen oder soll ich... Gewalt drauf! Das ist anstrengend! Familie ist wichtig, ne? Ja! Ich kümmere mich um deinen Brasser! So! So! Dann gehen wir mal rein! Ey! Gib mir sofort den Vogel her, den Vogel! Lost something? You wanna get your precious birdie back? Ja, Torsten! Ich komme! Ey! Ich habe ein Geschenk für dich! So! You'll have to try harder than that to piss me off! Good idea! Try to piss him off! Or better yet, on him! You're gonna regret this! Schöner für Fresse! Für Torsten! Warte kurz, hol's nochmal an! Oh! Torsten, komm her mein Freund! Komm zu Papa! Bring die nach Hause! Ist gar kein Thema! Ja klar! Oh! Oh nein! Hey! Hey! Say where you are and give us your Pigeon back, or this freaky thing goes bye-bye! Alter, ich habe gedrückt und wähle deine neue Taubenfähigkeit aus, um sie anzulegen! Schuriken, Alter? Ich kann mit... Oh, scheiße! So! Draufpiss jetzt! So! Oh! Oh! Uh oh! It seems we aren't the only ones paying a visit for the Pigeon Lady! It's you! Sword of me! Scheiße! Scheiße! So, den haben wir! Oh yeah! Take me too, yo! Leug dich auf! So an bist du! Hilfe! Police man! Ja, jetzt guckst du blöd! Ich hab einen Polizisten! So! Jetzt haben wir dich amal! Ich stehe dir immer noch auf! Level Up! Geil! Ich hab wieder vollpissen. Bewusstlose Person aufnehmen? Komm mal mit! So! Oh shit! Achso, ihr gehört dazu, ne? Ich piss euch an! Ich piss euch an! Junge! Zack! Fresse, Junge! Erhöht die maximale Gesundheit? Ja, aber wir haben ja genug. Eisenmagen, Verbrauchsgegenstände, Stillen, Meer, Durst und Hunger. Nahkampfschaden wird erhöht. Das machen wir. Long time no sea, friend. It used to be so huge. Now it is so small. All is not lost. With enough rest and care, its pigeon spirit will become big and strong again. You need to rebuild your pigeon coop. Visit me whenever you need seeds and gifts for your precious pets. Now go. Build the coop. In the meantime, I'll send out my friends in search of your lost birds. Ehre. Und da schauen wir beim nächsten Mal rein. Das ist einfach nur krank. Andy Kai- Zeus. Danke! Untertitelung des ZDF, 2020